Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ich habe bis jetzt noch nie ein digitales Vollformat benutzt, also habe ich mir gedacht, im Dezember probiere ich mal so die zwei derzeit erschwinglichsten Einstiegs-Vollformat-Sensor-Kameras, nämlich die A7 und die A7 Mark II. Heute angekommen ist die A7, ich habe mir die Dinger nicht gekauft, sondern nur geliehen für diesen Monat, ich möchte das einfach mal ausprobieren, ob es überhaupt was für mich ist. Und ja, erste kleine Ergebnisse bei der Autofahrt mit dem Ume habe ich schon gesammelt, die habt ihr gerade gesehen. Und jetzt geht es noch ganz kurz raus ein bisschen in den Garten mit der Kira und dann schauen wir mal, ob man mit der A7, die ja keinerlei Sensor-Stabilisierung hat im Kamera-Gehäuse selber, und die auch kein 4K kann und auch nicht 120 Frames, sondern nur 50 bzw. 60, je nachdem ob NDR ist, die Autopahl, schauen wir mal, ob da auch so ein bisschen Cinematics zusammenbekommen. Was mir eben schon das erste Mal aufgefallen ist, ich habe eine Aufnahme gemacht und dann hinterher auf der SD-Karte wollte ich kontrollieren, ob jetzt auch tatsächlich was drauf ist, und dann war nichts drauf. Shit. Ich bin mir sicher, ich habe direkt Taste gedrückt. Weiß ich nicht, ob ich die SD-Karte zu schnell raus oder wo es lag, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es ist halt jetzt Winter, jetzt ist natürlich motivmäßig nicht mehr so viel los, das war im Sommer ein bisschen schöner, aber hilft jetzt auch nichts. Ist egal, wann ich die Kira rauslasse. Und an sich ist der Komposthaufen eigentlich viel zu hoch, aber sie ist immer irgendwo am Komposthaufen am Buddeln. So, schnell eine Kleinigkeit anziehen und dann geht es mit Michaela ab auf den Weihnachtsmarkt. Dort kann man nämlich super nochmal Lowlight testen und so ein bisschen schauen, was wir mal so mit Background Blur hinbekommen und Cinematics. Bis zum nächsten Mal. So, die ersten Ergebnisse sind geschnitten und ich muss sagen, dafür, dass das Ganze doch sehr dumm ist, war heute auch die Szenen ganz am Anfang im Auto, macht der große Sensor schon Sinn. Also man merkt schon, dass ein klein bisschen Rauschen vorhanden ist, aber mit ein ganz klein bisschen Belichtungskurriktur fällt das Rauschen dann einfach nicht mehr ins Gewicht. Und das ist was, das bekomme ich mit der GA5 nicht hin. Also der Micro Four Thirds Sensor, da ist egal, wie lichtstark das Objektiv ist, wenn es ein bisschen dunkler wird, ich im Raum nicht sauber ausleuchte, dann sind wir sehr schnell in einem Bereich, wo gesagt, das Material ist nur noch Matsch und das will man nicht sehen. Von daher geht der Punkt jetzt mal an die GA5. Morgen bei Tageslicht werde ich da noch ein paar andere Aufnahmen machen. Plus ich werde auch jetzt mal einen ganzen Block mit der A7 aufnehmen, was mich halt total flashed ist, wie leicht das Ding ist. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas fehlt noch, wenn ich die Kamera in der Hand habe, aber weil die Kamera so leicht ist. Dann könnte man sich gewöhnen. War auch am Weihnachtsmarkt jetzt total toll, nicht so eine riesen Gurke mitzuschleppen. Mit dem Sigma passt das Ganze auch nicht mehr in die kleine Umhängetasche, sondern brauche ich immer einen Fotorucksack für und muss die Kamera in der Hand halten oder um den Hals baumeln haben. So mit der Sony einfach so eine kleine Gürteltasche mit bei, da ist die Sony drin verschwunden, kurz rausgeholt, ein paar Aufnahmen gemacht und dann wird er weggesteckt. Und was auch cool war, mich hat keiner angeguckt. Und wenn ich mit der riesen Lumix rumlaufe, dann guckt mich halt jeder an, als ob da das Fernsehen jetzt gerade aufmarschiert. Mit der Sony ist das was, das fällt halt gar nicht so ins Gewicht, das merkt halt keiner. Ich werde das Ganze jetzt hochladen, war jetzt vielleicht nicht gerade der ergiebigste Vlog, habe aber ansonsten die letzten zwei Wochen außer Arbeiten nicht wirklich viel gemacht. Von daher hilft Zeit jetzt nichts. Morgen bin ich dann unterwegs mit den Teenies, es ist wieder Teenie-Kreis und da werden wir eine Teenie-Weihnachtsfeier machen, mit Bima ein bisschen Film gucken, Popcorn, Schokobrunnen haben wir mit am Start. Was gibt es noch? Burger dürfen sich die Kids machen. Also etliches geboten, auch für die Wampe. Ich habe mir auch schon ein bisschen Tofu besorgt, aber ich werde mir morgen so Tofu-Burger machen. Und am Sonntag ist dann in der Gemeinde die Weihnachtsfeier. Ja, also ist halt bei euch jetzt wahrscheinlich auch nicht anders. Überall, wo man so im Laufe des Jahres ein paar Mal vorbeiguckt, gibt es jetzt eine Weihnachtsfeier, wo man eingeladen ist und da will man halt schon auch hingucken, damit man die Leute da trifft. Ja, und dann haben wir für die Gemeinde eine neue Webseite gemacht und da habe ich noch ein bisschen was zu besprechen. Und für den Weihnachtsgottesdienst gibt es Probe, also Samstag und Sonntag ist auch schon voll. Ich werde die Kamera aber mitnehmen, mal gucken. Vielleicht ergibt sie ja ein klein bisschen was für einen Vlog. Euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.